5 seltsame Dinge, die Du erlebst, wenn sich Dein drittes Auge öffnet Tief in unserem Inneren, verborgen vor den Augen der Welt, existiert eine mystische Realität, die die meisten von uns nie erleben. Doch für einige, die sich auf den spirituellen Pfad begeben, offenbart sich eine Welt, die jenseits unserer alltäglichen Sinne liegt. Dies ist die Welt des dritten Auges, des energetischen Zentrums zwischen unseren Augenbrauen, das als Tor zur höheren Bewusstheit gilt. In diesem fesselnden Podcast werden wir sieben seltsame Dinge erkunden, die sich ereignen, wenn sich Dein drittes Auge öffnet. Eine Reise, die Dich von der physischen Welt in eine Dimension des Geistes und der Erkenntnis führt. Bist Du bereit, die Schleier des Alltags zu lüften und die Wunder des dritten Auges zu entdecken? Dann begleite uns auf dieser geheimnisvollen Reise der Erleuchtung. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Themen mehr zu verpassen. Nummer 1. Die Magie des inneren Sehens Plötzlich, als ob ein verborgener Schalter umgelegt wurde, öffnet sich Dein drittes Auge und enthüllt eine faszinierende Welt des inneren Sehens. Du beginnst, Dinge zu bemerken, die jenseits der physischen Realität existieren. Visionen, Symbole und Bilder tauchen in Deinem Geist auf, als ob sie aus einer anderen Dimension stammen. Diese inneren Bilder sind wie Botschaften aus dem Universum, die es Dir ermöglichen, tiefer in die Geheimnisse des Lebens einzudringen. Du erkennst, dass die Welt des dritten Auges weit komplexer ist, als diejenige, die Du mit bloßem Auge siehst. Nummer 2. Das Erwachen der Intuition Mit der Öffnung Deines dritten Auges kommt auch ein verstärktes Gefühl der Intuition. Du beginnst, Deiner inneren Stimme zu vertrauen und sie als Führung in Deinem Leben zu akzeptieren. Intuitive Eingebungen und Vorahnungen werden zuverlässige Ratgeber auf Deinem Weg. Du fühlst Dich mit den tieferen Ebenen des Wissens verbunden und entwickelst ein Gespür für die Wahrheit, das über das hinausgeht, was Deine Sinne wahrnehmen können. Deine Intuition wird zu einem unverzichtbaren Werkzeug, das Dir hilft, die Rätsel des Lebens zu entschlüsseln. Nummer 3. Die Erweiterung des Bewusstseins Die Öffnung des dritten Auges erweitert Dein Bewusstsein über die Begrenzungen der physischen Realität hinaus. Du beginnst zu erkennen, dass die Welt mehr ist, als sie auf den ersten Blick erscheint. Deine Wahrnehmung von Zeit und Raum verschiebt sich und Du empfindest eine tiefere Verbindung zu allem, was existiert. Das Universum wird zu einem lebendigen Gewebe, in dem Du Dich als integralen Teil des Ganzen begreifst. Du fühlst Dich in Einklang mit den Schwingungen des Kosmos und erlebst Momente der Einheit, die Dein Herz erfüllen. Nummer 4. Die Aktivierung der Energiezentren Die Öffnung des dritten Auges geht oft mit einer Aktivierung der Energiezentren in Deinem Körper einher. Du spürst ein intensives Prickeln entlang der Wirbelsäule, während sich die Energie von der Basis bis zur Krone des Kopfes bewegt. Diese Aktivierung ermöglicht es Dir, auf höhere Ebenen des Bewusstseins zuzugreifen und Deine spirituellen Fähigkeiten zu entwickeln. Du erkennst, dass Du ein Kanal für universelle Energie bist und dass diese Energie Dich in Deiner spirituellen Reise unterstützt. Nummer 5. Die Begegnung mit dem Göttlichen Wenn sich Dein drittes Auge öffnet, hast Du oft mystische Erfahrungen, die Dich in direkten Kontakt mit dem Göttlichen bringen. Du spürst die Gegenwart einer höheren Intelligenz, die Dich führt und schützt. In mediativen Zuständen kannst Du Einsichten und Erleuchtung erfahren, die Dir den Sinn des Lebens enthüllen. Du fühlst Dich von einer tiefen Liebe und Weisheit umhüllt, die über menschliche Vorstellungskraft hinausgeht. Diese Begegnungen mit dem Göttlichen sind wie ein kostbares Geschenk, das Dir auf Deiner spirituellen Reise gegeben wird. Nummer 6. Die Sensibilität für Energien Mit der Öffnung des dritten Auges wirst Du zunehmend empfindlich für Energien, die die Welt umgeben. Du kannst subtile Schwingungen und Frequenzen wahrnehmen, die zuvor verborgen waren. Dies ermöglicht es Dir, die Energien von Orten, Menschen und Situationen zu erspüren. Du entwickelst die Fähigkeit, negative Energien von Positiven zu unterscheiden und kannst bewusster wählen, wo Du Deine Zeit und Aufmerksamkeit investierst. Diese Sensibilität erlaubt es Dir auch, energetische Blockaden in Deinem eigenen Leben zu erkennen und aufzulösen, was zu tiefer Heilung und Transformation führt. Es ist, als ob Du einen erweiterten Blick auf die unsichtbaren Kräfte hinter der physischen Realität erhalten hättest und das öffnet Dir Tore zu tieferem Verständnis und spirituellem Wachstum. Nummer 7. Die Verbindung zu höheren Dimensionen Die Öffnung des dritten Auges ermöglicht es Dir auch, eine tiefere Verbindung zu höheren Dimensionen des Seins herzustellen. Du erlebst Momente der Erweiterung, in denen Du Dich außerhalb der Begrenzungen von Zeit und Raum fühlst. In solchen Augenblicken kannst Du in die zeitlose Realität eintauchen und Einblicke in die universelle Wahrheit gewinnen. Du erkennst, dass unser physisches Dasein nur ein kleiner Ausschnitt eines umfassenderen kosmischen Bildes ist. Diese Verbindung zu höheren Dimensionen erweitert Dein Bewusstsein und öffnet Dich für die tiefsten Geheimnisse des Universums. Du wirst zu einem Kanal für universelles Wissen und erlebst eine tiefe Demut angesichts der Mysterien des Lebens. Es ist eine Reise, die Deine Seele erhebt und Dich in die transzendente Realität führt. Unser heutiges Fazit Das Öffnen des dritten Auges ist eine fesselnde Reise in die Tiefen des Bewusstseins, die uns die Möglichkeit gibt, die Welt auf eine völlig neue Weise zu erleben. Von der Magie des inneren Sehens bis zur Aktivierung unserer Energiezentren und der Verbindung zu höheren Dimensionen bietet diese spirituelle Reise ein reichhaltiges Spektrum an Erfahrungen und Erkenntnissen. Die Entfaltung des dritten Auges ist eine Einladung, die Grenzen der physischen Realität zu überschreiten und die Geheimnisse des Universums zu erkunden. Während diese Reise seltsam und geheimnisvoll sein mag, ist sie auch eine Quelle der Erleuchtung und inneren Transformation. Sie ermöglicht es uns, unser Bewusstsein zu erweitern und eine tiefere Verbindung zum Göttlichen herzustellen. Als Pioniere des spirituellen Wachstums stehen uns noch viele weitere Themen und Geheimnisse bevor, die es zu erkunden gibt. In einem zukünftigen Podcast werden wir uns mit weiteren Aspekten der spirituellen Reise auseinandersetzen, die uns zu tieferem Verständnis unseres Selbst und des Universums führen. Begleit uns auf diesem Weg der Erkenntnis und lass uns gemeinsam die Wunder des spirituellen Universums erforschen. Vielen Dank und bis bald! Vielen Dank!